Hallo, ich grüße euch alle gemeinsam, mein Name Joshua, und ich danke den Herrn, weil er wunderbar ist, und wenn ich heute hier sein darf für euch, dann ist es nur die Gnade von ihm selbst. Und wenn ich heute hier sein darf, dann ist es nicht nur die Gnade von ihm, sondern nur die Gnade von ihm, ich komme aus einer Familie, meine Eltern sind Christen, und somit bin ich auch immer in die Gemeinde gegangen als so genannte Christin. Und ich habe auch in der Gemeinde gesungen, und ich habe auch mit anderen Sängern aus unserem Land, aus dem Kongo, gesungen, hier und dort, und ich dachte, dass, aber ich sang für den Herrn jeden Sonntag in die Gemeinde. Und ich dachte, dass es das hier schon dienen ist. Und eines Tages habe ich nachts geschlafen, und ich habe einen Traum erhalten, und ich habe gesehen, dass Jeshua Elohim wieder gekommen ist. Und ich stand auf einer großen Straße, und ich habe gesehen, dass alle Menschen gegangen sind, den Pohr gegangen sind. Und ich habe gesehen, dass alle Menschen gegangen sind, den Pohr gegangen sind. Nur ich nicht. Und ich habe geweint, nein, warum, 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 ich singe doch für dich. Und dann bin ich aufgestanden, ich war schweißgebadet. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht möglich. Ich singe doch. Ich gehe doch jeden Sonntag in die Gemeinde. Ja, weil ich bin dann zu meiner Mama gegangen. Und ich habe gesagt, Mama, guck mal, was ich geträumt habe. Und das, was ich sehr tolle an meiner Mutter empfand, sie hat nicht zu mir gesagt, das ist nur ein Traum, vergiss es. Sie hat nicht zu mir gesagt, das ist nur ein Traum, vergiss es. Du kommst nicht nur in den Himmel, warum sollst du nicht in den Himmel kommen? Nein, sie hat zu mir gesagt, wenn du das siehst, was du gesehen hast, dann musst du dein Leben anschauen. Das, was du tust, ist vielleicht etwas, was dem Herr nicht gefällt. Und wenn du so weiter wandelst, dann wirst du bleiben. Du wirst in den Sonnenschen bleiben. Ja, aber meine Eltern sind doch Christen. Und dann hänge ich mich einfach mit rein, ich werde doch auch in den Himmel kommen. Und ich habe gesagt, wie meine Eltern sind montiert, wie sie haben den Ticket, sie werden mich auch mit ihnen. Ja, so habe ich früher gedacht. Ich habe gesagt, meine Eltern sind Christen okay, ich automatisch werde auch in den Himmel kommen. Und der Herr hat mir einfach zum Verstehen gegeben, dass der Heil individuell ist. Und es hängt nicht von deiner Mutter oder deinem Vater oder deinem Bruder an, sondern von dir selbst. Und ich möchte euch als Jugend einfach unterstützen und sagen, so lange ihr diesen Atem habt, diesen Boden sucht. Er ist der Weg, die Wahrheit, die Wahrheit und das Leben. Wenn er mich ändern konnte, dann kann er mich auch ändern. Ich war in Dingen, wo man noch nicht mehr erwähnen kann. Ich hatte auch etwas, was ich selbst sagen konnte. Durch die Lehre habe ich Stück für Stück verstanden, wer ist Joshua. Ich wusste, wer ist Joshua? Was möchte er für mich? Was liebt er? Was liebt er nicht? Was liebt er nicht? Was liebt er nicht? Und so habe ich gelernt, bin ich zu ihm gekommen, habe ich ihm wahrhaftig mein Leben gegeben. Und habe mich taufen lassen. Bis heute gehe ich diesen Kampf an. Und ich werde nicht aufgehen. Und ich ermutige euch, weiterzugehen. Amen.